Sehr schön, ich hab mir eine versteckte Klingel gebaut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Was hat er denn vor? Verfolgen wir ihn. Ah! Hi! Cool bleiben, cool bleiben. Mann, sind die schnell unterwegs. Richtig heiße Sohlen haben die. Freies Feld. Aufpassen. Sonst werde ich noch gesehen. Er ist schon misstrauisch geworden, ich wusste es. Komm schon. Gut. Lauf schön weiter. Zeig mir, wohin du willst. Hm. Aha. Ha! Zu spät. Schon hab ich mich im Gebüsch versteckt. Lauf schon weiter, du Templer-Affe. Hm. Gehen wir oben entlang. So merkt er schon gar nichts. Ah. Er läuft also hier rein. Gut. Dann mach ich's mir hier gemütlich. Natürlich. Du hast recht. Der Company-Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Wir sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vaskus übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Hm. Was er wohl vor hat. Ich muss ihn weiter verfolgen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören beim Segen. Mein Gott. Ah, hier darf ich ganz sicher nicht rein. Schnell in den Heuhaufen. Ja, ich bin weg. Ihr habt's erfasst. Mist, 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 Mist. Scheint wohl irgendwas gehört zu haben, hm? Komm schon, Aufseher. Weiter mit dir. Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war. Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinem Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Ich muss ihm helfen. Hey! Es war ja nicht so nett, was ihr hier macht. Kommt her! Na komm schon! Zeit zum Schlafen gehen. Lass ihn in Ruhe. Und du auch! Oh, oh. Huh. Indiana Jones, oder was? Jetzt ist Schluss. Äh, was hast du vor? Komm her! Komm her! Schnauze. Ich hab jetzt ne Peitsche. Das wird richtig lustig. Oh, noch welche. Und tschüss. Ha! Auf dem Boden mit dir. Sehr schön. Okay. Was haben wir denn da? Danke. Ah, Moment. Was ist hier los? Was ist passiert? Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte die Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Vonen. Ich geh zurück nach Afrika. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein. Die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurecht kommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. So, so. Ihre Mutter ist also hier. Okay. Dann schauen wir mal, ob was sie finden. Weil als erstes muss ich hier verschwinden. Und ich darf keinen Kontakt mit den Wachen haben. Sonst gibt's Ärger. Sehr schön. Schon bin ich draußen. Okay, schauen wir mal, ob wir die Hütte finden. Ups, schon wieder. Das wollte ich nicht. Die muss irgendwo hier sein. Die Wege. Die Schritte. Hm. Untersuchen wir sie. Was? In diese Richtung. Was? Irgendwo hier. Hä? Hier oben, oder? Na. Nee, hier ist nichts. Was soll das? Vielleicht muss ich da nach oben. So habe ich einen besseren Überblick. Hm. Egal. Was soll ich untersuchen? Ah. Hier. Was ist denn das? Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. Ein Hut? Plötzlich liegt hier ein Hut. Hm. Widerschritte. Ja, wie soll ich sie denn untersuchen, wenn sie nicht geht? Komm schon. Hm. Will sie nicht. Hm. Die Schritte haben mich hier hochgeführt, aber... Moment. Da. Was ist das? Das könnte ihre sein. Eine Tasche. Hm. Das nehme ich noch mit. Sie lügen. Was? Was war das? Sie, was sie ausgelassen haben. Hä? Du schon wieder. Nichts. Wo könnte er sein? Da oben vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Ich muss ihn irgendwie aufspüren. Aber wo? Das Gebiet ist so riesig. Ich bin noch da. Kein Hinweis mehr. Nichts. Aber ich bin noch in dem Radius. Hä? Cool. Interessant. Jetzt kann ich mich auch noch mit der Peitsche rumschwingen. Ist ja cool. Trotzdem, keine Ahnung. Ich den Typ erwischen soll. Bürger E mit dem Adlerauge. Wo? Wo? Verdammt nochmal. Der nicht. Der nicht. Ah, da unten. Der ist nicht hier. Der ist hier. Entschuldigung. Hm. Ha. Ha. Nein, das ist er auch nicht. Hä? Egal. Komm her. Du kannst keine Waffe führen. Aber ich führe eine. Was willst du jetzt dagegen tun? Arschloch. Zack. 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 Und zack. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ha. Jetzt wird. Gut. Das hätte ich auch eingesammelt. Ist das richtig hier? Bestimmt. Alles klar. Schauen wir uns mal um in dem Urwald. Ich muss da runter. was wird ein Spaziergang. Sollte für mich eigentlich kein Problem sein. Solange keine Wachen da sind. Wird das einfach. Wow. Und schon bin ich da. Hm? Ja. Okay. Dann nehmen wir mal ein Bad. Wuhu. Wir müssen tauchen. Alles klar. Ich merke gerade irgendwie, dass diese ganzen Eigenschaften schon in diesem Spiel vorhanden sind, die eigentlich neu waren in Black Flag. Ist ja echt heftig. krass. Sehr schön. Ja. Wuhu. Abwärts. Okay. Rüber. Ja. Was soll ich denn da runterkommen? Oh. Boah. Wow. Puh. Das war knapp. Was haben wir denn da? Hier ist irgendwo eine Kiste. Wahrscheinlich da unten. Haha. Jackpot. Äh. Und jetzt? Jetzt muss ich wieder nach oben. Naja. Kein Problem für Evelyn. Äh. Darüber müssen wir also. Na dann ab nach oben. Komm schon. Nein. Dann eben so. Geschafft. In die nächste Höhle. Das mit den Höhlen ist ja echt cool gemacht, ey. Uh. Okay. Juhu. Zeit zu tauchen. Zeit zu tauchen. Ha. Aber was erhofft sie sich in diesen Höhlen? Hm. Huhu. Wow. Das ist ein ziemlich harter weitersprung, aber vielleicht schaffe ich das. Ja. Hm. Indie-Style. Cool. Und jetzt? Da lang. Sehr schön. schnell weiter. So lange uns die Beine tragen können. Äh. Äh. Oh Mann. Dann benutzen wir mal wieder die Peitsche. Na. Boah. Das war knapp. Junge, Junge. So. Jetzt einfach hier diesen Tropfen. Nach oben. Und schon geschafft. Was zum Teufel. Was sind das für Säulen? Halt. Halt. Nicht so schnell. Oh. Wow. Okay. Oh. No. Äh. Wuhuuu. Hä? Also auf keinen Fall menschlich. Ähm. Ja. Wohin? Da lang. Ich glaube, ich habe gefunden, was die anderen suchen. Nein. Hier geht's nicht lang. Schade. Dann kletter ich halt hier hoch. Was ist das für ein Raum? Wow. Die wundert sich gar nicht. Die sagt gar nicht, was ist das hier? Oder wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Oder so. Finde ich schon irgendwie merkwürdig. Aber gut, vielleicht kommt das jetzt. Wenn ich da oben bin. Ein Rätsel. Ah, okay. Ich kenne das Rätsel. Okay, alles klar. Das ist einfach. Ich muss die Kugel nur einfach versuchen rauszubringen. Okay. Und das muss man mit den Sticks machen. Ja, aber besser wäre es wenn das jetzt auch hier mit den System Act funktionieren würde. sonst wäre gar nicht mal so schlecht. Dann würde die Kugel schneller rollen, Mann. Halt, 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 halt. Wieder zurück. Nein. Äh. Na komm schon. Na komm. Ja, genau. Nur in die Mitte treffen. Nur in die Mitte treffen. Das durfte ja noch nicht so schwer sein. Komm. Wie einfach. Hallo. Hallo. Na komm. Jawohl. Huh. Irgendwie ist das gerade doch ein bisschen anstrengend. Na komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ja. Nein, nein, nein. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Und... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hallo. Zurück, zurück, zurück. Und jetzt nach vorne. Na komm. Ah. Jetzt aber. Nein. Scheiße ist das. Kacke, Mann. Ohne Witz. Das ist ja sowas von... Jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 ja. Geschafft. Puh. Sogar in zwei Minuten gelöst. Interessant. Oh. Aua. Oh. Hahaha. Wie wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rangstreit, dich machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Hä? Jetzt reicht's aber! Auf dem Boden mit dir! Das war's. Was zum Teufel? Ich sollte mich beeilen! Oh, 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 oh! Schneller, 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 schneller! Wo lang, wo lang? Ab nach oben, ab nach oben! Oh, Mann! Boah! Ja, ja, genau! Ist klar! Okay, okay, okay. Ich schaff das. Kein Problem. Schon geschafft. Huhu. Äh, Sackgasse. Mist. Da lang. Woah! Woah! Oh oh! Oh oh! Yo! Yo! Geschafft! Nichts will raus hier! Aveline! Hä? Maman? Unmöglich! Ich gab dich in Madeleines Obhut zu deiner Sicherheit! Dich und mein Herz! Welch grausames Schicksal führt dich her! Und du trägst die Klinge des Feindes? Sag mir nicht! Ich dachte, du seist tot! Versteh mich bitte! Sie wollten mich töten! Mir mein Herz nehmen! Ich wollte dich nie verlassen! Ist es das? Hat Agathe dich geschickt, mich zu töten? Bitte sag mir nicht, dass dein Hass so groß ist! Ich hätte dich nie... Dich töten? Nein, ich... kam aus freien Stücken! Aveline! Die Scheibe darf nicht in Agathe's Hände fallen! Hat er sie? Wäre alles, was ich finden und schützen wollte, seit ich Nouvelle-Orléans verließ, zerstört! Woher kennst du ihn? Und... wovor hast du solche Angst? Vor langer Zeit... Nein... Tut mir leid, Aveline. Ich hoffe, du kannst mir einst verzeihen. Mama! Oh, Mann!